Ich bin Adora, He-Mans Zwillingsschwester und Beschützerin von Crystal Castle. Das ist Spirit, mein geliebtes Pferd. Fantastische Geheimnisse offenbarten sich mir an dem Tag, als ich mein Schwert erhob und sagte, für die Ehre von Grayskull! Ich bin Shira! Nur wenige teilten dieses Geheimnis. Zu ihnen zählten Lighthook, Madame Ress und Cowl. Meine Freunde der großen Rebellion und ich versuchten mit vereinten Kräften Etheria von den schrecklichen Mächten des Hordak zu befreien. Shira! Shira!